Ein Volksfest wie beim 2 zu 1 gegen Rapid erwartet der Tabellenzweite Ried gegen Vizemeister Sturm. Jetzt geht's los! Schwarze muss ein Rieder sein, gerade so wie ich! Dieser Mann soll den Rücktritt von Trainer Reutinger wegen des dünnen Kaders verhindern. Der Pole Andrzej Lesiak, Ex-Inspuker und zuletzt bei Dynamo Dresden. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen dieses Transfer über die Bündnis geht. Der ist natürlich für uns eine Riesenverstärkung, denn er ist polnisch international, er hat sehr viel Routine und würde zu uns natürlich gut passen. Vor dem Duell des Letzten gegen den Ersten könnte die Admirer nach dem Fehlstart auf die Idee kommen, auf eine andere Sportart umzusatteln. Da waren noch so viele Fehler, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau das war. Aber Salzburg ist nach dem 0 zu 0 gegen Stauer weiter geschwächt. Für Staller mit Adduktorenverletzung ergänzt das Lazarett mit Artner, Kozian und Juczewicz. Wie die Admirer ringt auch Steier um den ersten Punkt und zwar im Innspuker Tivoli. Wie gesagt, Spielbeginn 4 mal 15.30 Uhr. Ja und in der zweiten Division, da begann heute die zweite Runde der FC Linz.